Was ist das für eine Anti-Kombo? Was war das? Hab ich. Den will ich auch. Komplett kein Problem, was für eine Anti-Kombo. Junge, du hast den Tower geultet, als sie uns geteilt haben. Ich wollte den Sicherheit wiegen. Ich wollte den Sicherheit wiegen. Alles geplant. Hallo. Junge, Junge, Junge. Die dachten sich dann nämlich höchstens dumm, aber da kriegen sie von mir aufs Maul. Rechts, links Geschelle gibt es dann. Hier ist Zauron. Der ist Zauron tot. Ne, Teammates sind ja keine Teammates. Ah. Klingt irgendwie wie Satz des Pythagoras. Hat der damals schon gesagt. Oh, David? Mhm. Ich sehe uns da, okay. Ja, mich dabei. Oh nein. Da, David, da musst du ulten. Ja. Muss ich's nähern, wa? Was ist er denn, Alter? Lol. Ah. Glatter Durchschuss. Ja, und einfach alles zu rein. So, hier habe ich noch was hier vorhin. Und was davon. Noch ein bisschen... Gewonnen. Ja, nice. Ja. Fight. Na, dann geh doch auf. Hahaha. Deiner Kiana, Flash Old Engage. Steht doch nie an der Wand. Na und, die Wand schottet sich auch so. Die Wand schottet sich auch so. Wow, der Scheiße. Warum hab ich denn so FPS-Drops? Mann, ich hätte lieber Minz-Drops. Oh Gott! Deine Winz-Drops hast du auch gerade, ehrlich gesagt. Hier kriegst du auch noch eine. Jeder kriegt eine Kuh. Aber die Veganer nicht, die brauchen sie ja nicht. Guter Wort. Vielen Dank. Wie die Blumen. Unsere Gehirnzelle hat sich wieder auf ein... Da war die Gehirnzelle wieder. Na 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 na... Ich hab das gebraucht. Weil du dafür gesagt hast, dass ich gebaitet wurde. Du hast dich gebaitet. Scheiß, du bist einfach gehirnlos, Junge. Ja, du hast es schablos ausgenutzt. Hier, Bruder, wir müssen Burn machen. Das kann gut sein. Der muss alles nochmal von vorne machen morgen, geil. Sonntag wäre richtig krass. Nee, dann, 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 ach, nee, das, nee. Jo. Sprachenlernen Bubble. Chris, den brauchst du nicht? Ja, ist doch da! Ja, im Arsch, Alter. Du musst aufpassen, Bruder, der fickt dich gerade. Ja, natürlich fickt er mich. Ja, dann mach doch was gegen ihn! Jo. Warum springt die Hure? Oh mein Gott. Aber ich geh erst mal runter. Das war jetzt deine Schuld. Nee, das war nicht meine Schuld. Du, nein, du hast da reingesagt. Du hast da reingesagt. Du hast da reingesagt. Haben Chris und Leo geheiratet? Ich glaube schon, ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt bleiben wir nichts. Oh mein Gott. Guck mal, der David ist doch da, um sich alle Kids zu nehmen. Guck, David findet auch. Mann, je Zeit bei den Schnauzen, ich kann mich nicht konzentrieren. Jetzt machen die Drake-Jungs zu Drake. Ich bin leise. Ja, ich bin leise, ist okay. Bist du gar nicht. Ich kriege ne Ausruss. Chris macht mich richtig aggressiv gerade. Der kleine, liebe Chris am Arsch, ey. Ich bin nicht von meiner Mama Chris, ey. Liebe Grüße zurück. Hat sie das wirklich gesagt? Ja, hat sie. Ich komme zur Rettung. Oh nein. Was? Was? Sie war da. Was tust du, Alter? Ich wollte keine Ahnung, ihn treffen. Ey, jetzt stellt ihr da noch einen rein. Alter. 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 Alter, ich hab Bauchschmerz. Mein Gott, ey. Dann halt doch die Fresse. Alter. Alter. Alter, ich hab Bauchschmerzen, mein Gott, ey. Dann halt doch die Fresse. Vielen Dank.